In die Mitte genommen. Am Samstag war die Überraschung groß. Beim Jujutsu-Landeslehrgang in Bündel trafen die Jujutsu-Trainer des JSV Lippstadt ihre frühere langjährige Abteilungsleiterin Helga Benkert wieder. Sie wurde sofort voller Freude begrüßt und in die Mitte genommen. Rege Austausch wurde nur durch den Lehrgang unterbrochen. Dieser war für Kursleiter Frauen-Selbstverteidigung konzipiert.